Du hast wahrscheinlich auch schon mal den Jahresabschluss von deinem Steuerberater in die Hand gedrückt bekommen. Du hast drauf geschaut und dich gefragt, warum ist so verdammt wenig Gewinn am Ende des Jahres übrig geblieben? Und so ging es mir in dem einen oder anderen Jahr und das ist der Grund, warum ich mir das Buch Profit First geschnappt habe, um mal zu verstehen, wie man den Gewinn in seinem Unternehmen optimieren kann. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ich habe mich an vielen Stellen ertappt gefühlt an Sachen, die ich wirklich falsch gemacht habe in der Vergangenheit und habe wirklich so viel gelernt über das Thema Profit wie noch nie. Und wenn du also Lust hast, am Ende des Jahres mehr Gewinn übrig zu haben, dann sieh dir diese Folge unbedingt bis zum Ende an. Ganz wichtig, wenn du dir das Dokument mit den wichtigsten Learnings aus Profit First kostenfrei sichern willst, dann kurz meinen Kanal abonnieren, das Video liken und Profit First in die Kommentare schreiben und dann schicke ich dir den Link direkt zu. Die Überschrift der Folge lautet, Profit ist kein Event, was am Ende des Jahres passiert, sondern ein Prozess, der jeden Tag passiert. Das war so die große Überschrift, die ich mitgenommen habe aus dem Buch, weil es tatsächlich manchmal so bei mir war, dass ich beim Steuerberater saß, den Jahresabschluss sozusagen durchgegangen bin und so ein bisschen das Gefühl hatte, als ob ich meine Schulnote vorgelesen bekommen habe und der Steuerberater gesagt hat, gut oder schlecht, wie das Jahr gelaufen ist. Und das war halt so, damit hat er mich so komplett erwischt, weil ich nie ein System hatte, wo ich wirklich vorhersehbar sagen konnte, was am Ende bei rauskommt. Und das war ein großer Schiff, den ich dabei mitgenommen habe aus diesem Buch. Learning Nummer 1 ist genau das eigentlich. Die meisten Gründer schieben Profit in die Zukunft, in der Hoffnung, dass der Fokus auf mehr Umsatz irgendwann zu mehr Gewinn führt. Und das ist, glaube ich, so der größte Tugschluss. Selber die ersten Jahre reingestolpert, einfach immer mehr auf Umsatz konzentriert, bis man irgendwann merkt, mehr Umsatz führt nicht unbedingt zu mehr Gewinn. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Genau. Learning Nummer 2 ist genau das, was ich in der Überschrift drin habe. Profit must be baked into your business. Profit is a habit. Und das ist halt ein cooler Gedankengang, dass es nicht etwas ist, was irgendwie magisch am Ende des Jahres rauskommt, sondern jeden Tag passiert. Was sehr cool ist an dem Buch, dass er sehr viele Analogien zum Thema Fitness, Ernährung und Abnehmen macht, was nicht ganz intuitiv ist. Aber mit coolen Anekdoten kriegt er diese Vergleiche hin. Du isst weniger, wenn der Teller kleiner ist. Du gibst weniger Geld aus, wenn dein Konto leerer ist. So einfach das ist, und das ist tatsächlich eines der Kernkonzepte, dass er sagt, du hast verschiedene Konten und das Konto, wo sozusagen deine ganzen operativen Kosten drüber laufen, das ist immer mehr oder weniger leer, nur um gerade die Kosten zu decken und das war's. Und ich habe das privat direkt bei mir getestet, habe wirklich all mein Geld woanders hingeschoben. Jetzt habe ich nur noch ein bisschen Geld übrig, um die laufenden Kosten zu decken. Und jeden Tag denke ich mir, oh Mann, ich bin pleite, ich kann mir nichts leisten. Und es ist völlig verrückt, was das für einen Unterschied macht, weil bei diesem Thema Abnehmen scheint es auch nachgewiesen zu sein. Nur dadurch, dass man kleinere Teller nutzt, isst man schon weniger und das ist halt super spannend. Learning Nummer 4, wenn du deinen Profit als erstes rausnimmst und nicht erst am Ende des Jahres, wirst du sparsamer und innovativer mit dem restlichen Geld. Da kommen wir auch gleich zu der Formel. Aber das war tatsächlich der große Schiff, den er auch reingebaut hat, dass man Profit als erstes rausnehmen sollte und dann guckt, was hat man für die Kosten noch übrig. Und die Formel kommt auch gleich, aber dieser Gedankengang hört sich immer relativ nachvollziehbar an. Die wenigsten Leute machen es, scheitern auch und erklärt auch, warum. Und Learning Nummer 5, ja, man kann wachsen, wenn man zuerst den Gewinn zur Seite legt. Unternehmen, die das tun, wachsen sogar schneller, weil sie den Gewinn nur kurz halten und dann reinvestieren. Viele Leute machen aber den Fehler, dass sie alles ausgeben, Profit auf Null fahren und es auch gar kein Profit übrig bleiben würde zum Wachsen. Also, dass man wirklich nur um das Level, das man hat, maintainen würde, auf Null fährt. Und wirklich, wenn man es schafft, einen guten Gewinn zu machen, zu merken, hey, das würde funktionieren. Und dann das Geld zu nehmen und zu reinvestieren, ist was ganz anderes, als wenn man nie Gewinn machen würde und irgendwie all das Geld braucht, um überhaupt am Leben zu bleiben. Und hier ist die neue Accounting-Formel. Ich liebe sie in dieser Einfachheit. Jeder weiß es, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Und er hat sie nur umgestellt nach Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Und nur dieses Umdenken hat auch bei mir so viel ausgelöst. Wirklich so, du machst deinen Umsatz, nimmst dir deinen Anteil an Gewinn raus, der realistisch ist. Und da kommt da später auch noch dazu, dass man keine verrückten Zahlen nehmen sollte, dass man nicht irgendwie direkt 50% nehmen sollte, dass man vielleicht mit 10, 20% startet, was schon gut ist, ab einer gewissen Größe auch. Und dass man dann guckt, was übrig bleibt, um die Kosten zu decken. Und das wird halt ganz cool nachher, weil er nachher auch sagt, wenn nicht genug übrig bleibt, um deine Kosten zu decken, bist du einfach nicht effizient genug, dann hast du zu hohe Kosten, musst du was machen. Und das war halt ein cooler Gedankengang. Learning Nummer 7 ist, 5 Konten sind das perfekte Setup, was er empfiehlt. Ein Konto für den gesamten Umsatz, also für alle Einnahmen. Ein Konto für Gewinn, also für Profit. Ein Konto für Gehalt und Vergütung, wenn du Bonis bekommst als, was weiß ich, Gründer oder als Geschäftsführer. Dann ein Konto für Steuern und ein Konto für die laufenden Kosten. In dieser Order werden auch alle Eingänge auf die Konten verteilt. Und niemals vorher Rechnungen bezahlen. Also das bedeutet, das ganze Geld läuft auf dieses Eingangskonto hier, wo Umsatz und Einnahmen reingehen. Und dann wird es komplett verteilt, sodass es wirklich dann am Ende auf Null immer geht. Das ist halt ein schöner Gedankengang, da gibt es keine Überschneidung. Und das ist wirklich das, was er empfiehlt. Learning Nummer 8, wenn du die Rechnungen danach nicht bezahlen kannst, hast du die Kosten, die sich dein Unternehmen nicht leisten kannst. Ja genau, hast du Kosten, die sich dein Unternehmen nicht leisten kann, Eliminiere unnötige Kosten, um dein Unternehmen gesund wachsen zu lassen. Und das ist halt so cool, weil man wirklich so ein bisschen egoistisch handelt und sich sagt, hey, ich will das und das an Profit jedes Jahr rausziehen. Und wenn das meine Firma heute nicht hinbekommt, dann muss ich halt irgendwas ändern. Und dadurch, dass es aber so andersrum sonst immer ist, ich habe diesen Umsatz, ich habe diese Kosten und vielleicht bleibt hoffentlich irgendwann mal was übrig. Das ist halt völlig die falsche Denkweise und trotzdem macht es irgendwie jeder so. Und schon alleine für diese Formel hat es sich gelohnt, das Buch zu lesen. Dann Learning Nummer 9, entferne die Versuchung, indem du das Konto für Profit woanders anmeldest, um nicht so schnell dorthin zu kommen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich umsetzen werde, jetzt ein zweites Bankkonto aufmachen werde, wo ich einfach nicht reingucke, wo nicht die laufenden Kosten drüber gehen und das Geld einfach dahin schiebe. Ich habe das mal eisern vor drei, vier Jahren gemacht und habe mich dann irgendwann gewundert, wie viel Geld da wirklich übrig geblieben ist, dadurch, dass einfach aus dem Sichtfeld war. Und viele Leute, glaube ich, unterkommt auch später drauf, ist wirklich so, ja, das hört sich zu einfach an, ich mache das in der Excel-Tabelle. Nur solche kleinen Sachen machen gigantischen Unterschied. Und das ist auch der Grund, warum ich da ein zweites Konto wieder anlegen werde, weil ich einfach noch weiß, wie gut das damals funktioniert hat, wenn man das Geld nicht sieht, macht das all den Unterschied. Dann Learning Nummer 10, verteile das Geld auf die vier Konten und zahle deine Rechnung immer am 10. und am 25. des jeweiligen Monats. Da geht es eigentlich darum, so ein bisschen Rhythmus reinzubekommen, auch wirklich immer zu gucken, ob man Geld für die Rechnung übrig hat oder nicht, weil ansonsten hat man das nicht so gut im Blick. Und ich glaube, so ein Rechnungslauf, sich auch anzugewöhnen, ist etwas, was einfach Systeme sozusagen machen sollten, um das Ganze auch schlank aufzustellen. Learning Nummer 11 ist, starte mit deinem Profitziel kleiner als größer, um dich daran zu gewöhnen, als erstes den Profit rauszuziehen. Und er geht wirklich so weit, dass man mit 1% Gewinn starten sollte. Also wirklich banal kleine Summen sich zu schnappen und erst mal dran zu glauben und zu merken, dass das funktioniert und dass man halt nicht auch wieder an das Geld ran muss. Weil das ist häufig so die größte Gefahr und da kommen wir später auch noch zu, dass die Leute wirklich dann 50% beiseite schieben von ihrem Umsatz, dann ganz schnell merken, dass sie mit 50% halt nicht ihre laufenden Kosten decken, dann wieder an das Konto ran müssen und das ganze System zerhagelt. Und insofern sagt er, starte klein mit 5%, 1% und gewöhn dich erst mal daran, das Geld beiseite zu schieben und dann sozusagen wird das ein runder Prozess. Learning Nummer 12, du kannst dein bestehendes Konto für die laufenden Kosten nutzen, weil heute wahrscheinlich alle Kosten darüber laufen. Du brauchst dennoch ein eigenes Konto für Umsätze und Einnahmen. Das bedeutet, da muss man eine kleine, wirklich wahrscheinlich halbe Stunde Übung machen, dass man auf seine Rechnung ein neues Konto draufpackt, dass es ein anderer Zahlungseingang ist, dass man, was weiß ich, die Zahlungsplattform, die man benutzt, auch da drauf dreht. Das dauert aber keine halbe Stunde wahrscheinlich. Aber dass man wirklich das nicht vermischt, die laufenden Kosten mit den Einnahmen, weil dieses Einnahmenkonto muss halt immer auf 0 stehen und darüber kann man alles verteilen. Wenn man das mischt, dann wird das wieder unsauber. Und das ist die kleine Übung, die man machen kann. Aber das heißt, man muss nicht alles anfassen, was man hat, worüber die laufenden Kosten gehen, sondern das kann man einfach unberührt lassen. Dann, genau, Learning 13, lege die Steuer- und Profitkonten bei einer separaten Bank an. Gleiches Spiel bei dem Steuerthema, aus dem Sichtfeld das Ganze zu packen und immer nicht wissen, sozusagen, wo es ist oder wie viel man da liegen hat, damit man einfach da nicht rangeht. Learning Nummer 14 ist, ich war in der Vergangenheit nie profitabel. Wie sollte ich es plötzlich sein? Parkinson'sches Gesetz und das ist cool, dass er das da auch anführt. Du gibst das aus, was du zur Verfügung hast. Weniger zur Verfügung, gleich wenige Ausgaben, mehr Profit. Es ist wirklich so banal und ich will es wirklich nicht in den nächsten 12 Monaten und 2 Jahren umsetzen und dann merken, krass, es war einfacher, als man gedacht hat, alleine es zur Seite zu packen, macht einen Riesenunterschied. Weil jetzt auch schon zu sehen, man packt was beiseite und merkt, kann ich mir das leisten, ja oder nein. Wenn du aber all dein Geld in einen Topf schmeißt, dann hast du meistens immer Geld zur Verfügung und sagst, ja, kann ich das nochmal machen, kann ich das nochmal machen, das nochmal machen. Wenn du aber deinen Profit schon mal beiseite packst, dann merkst du, bei ganz vielen Sachen, habe ich das Geld im Moment halt nicht für da. Ganz wichtig. Learning Nummer 15, kann ich das nicht einfach in der Excel-Tabelle umsetzen? Wie hat es denn in der Vergangenheit funktioniert? Und das wirft er sozusagen zurück. Viele Leute haben das schon immer mal mit Excel-Tabellen probiert. Ich habe den Ausflug nie gemacht, weil ich schon selbst weiß, dass das nicht funktioniert, weil ich keine Lust habe, in so eine Excel-Tabelle reinzugucken. Und insofern hat er auch gesagt, mach die Übung mit den Konten. Das geht bei vielen Banken schneller, als man denkt. Auch gerade Unterkonten kann man super leicht erstellen bei vielen Banken. Also das sollte man nicht tun. Sehr spannend. Jetzt kommen so nicht nur Profit-Sachen, sondern auch so super spannende Dimensionen. Learning Nummer 16, wenn dein jährlicher Umsatz unter 500.000 liegt, hast du vielleicht ein bis zwei Mitarbeiter. Aber du bist immer noch der wichtigste Mitarbeiter in deinem Unternehmen. 10% dokumentierst du, was du tust und 90% erledigst du deinen Job. Und das ist tatsächlich auch eine Falle, die ich in den ersten Jahren, wo wir gewachsen sind, reingefallen sind, dass ich sehr schnell angefangen habe, so alles zu übergeben an die ersten Mitarbeiter und ich so der Espresso-tränkende Geschäftsführer war. Funktioniert nicht. Und er hat das auch noch mit aller Klarheit gesagt. 90% machst du halt deinen Job, 10% dokumentierst du Sachen, die du dann deinen Mitarbeitern geben kannst. Aber du bist halt immer noch der wichtigste Mitarbeiter. Gleiches Spiel gilt, wenn du über 500.000 machst, bis eine Million, dann baust du vielleicht 20% Systeme, 10% managst du deine Leute und 70% arbeitest du immer noch in deinem Unternehmen. Und auch da gleiche Falle getappt. Auch hier Team, du machst das schon und ich gucke irgendwie, dass das alles funktioniert. Funktioniert nicht. Ich durfte dich in den letzten Jahren gut lernen. Learning 18, selbst wenn du über eine Million wächst, arbeitest du vielleicht 80% in deiner Genius Zone. Also da kommt jetzt so der Switch, dass man dann hinkommt, so mehr und mehr am Unternehmen zu arbeiten. Aber 20% machst du immer noch die großen Sales-Abschlüsse. Jeder Gründer, CEO macht die großen Abschlüsse. Selbst Jeff Bezos wird bei 100 Millionen Deals dabei gewesen sein. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich in den letzten Monaten wieder gemacht habe, dass ich bei großen Deals und Interessenten und Kunden dabei bin. Ja, hätte, ich wäre gerne früher über diese Zeilen gestolpert, weil es einfach der Job des Gründers ist, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen gefüttert wird. Learning Nummer 19, wenn du das Profit-First-System umsetzen willst, dann involviere bestenfalls deinen Steuerberater direkt von Anfang. Erwarte bei den ersten Gesprächen Widerstand, weil das Konzept nicht jedem direkt verständlich erscheint. Und viele tun es auch so ab, okay, ja, kann klappen, kann nicht klappen, weil die natürlich aus so einer buchhalterischen Brille kommen, was nochmal was ganz anderes ist. Aber es hilft einfach, die Leute zu involvieren, um ihnen klarzumachen, was man da eigentlich Verrücktes tut. Auch gerade mit diesen Konten muss man das den Leuten, glaube ich, erklären. Stimmt, das steht noch so ein bisschen aus. Da wird sich mein Steuerberater freuen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man frühzeitig tun sollte. Learning Nummer 20, super spannend. Oh, hier sehe ich, habe ich zweimal nur die 19. Ja, wir machen einfach 19, 19 weiter. Erfahrungswerte für die Verteilung der Kosten nach Umsatzgröße. Unglaublich spannend. Hier wirklich von 0 bis 250.000, 250 bis 500.000, 500.000 bis eine Million und dann bis hoch bis 50 Millionen. Und daran sozusagen misst sich jetzt, wie viel Profit ist so realistisch wahrscheinlich, wie viel bleibt übrig, wie viel geht in die Vergütung vom Gründer und Geschäftsführer, wie viel Steuern muss man planen und wie viele operative Kosten hat man. Und wir sind natürlich in der Range hier irgendwie zwischen 500.000 und 1 bis 2 Millionen. Und da war sehr spannend zu sehen, wo wir wirklich liegen. Ein bisschen hier bei den operativen Kosten drüber. Steuern haben wir sauber. Da waren wir auch sehr im Rahmen. Aber Profit beißt sich sozusagen noch mit den zu höheren operativen Expenses, sodass wir da jetzt ran müssen. Und das war einfach unglaublich spannend zu sehen. Einfach mal so einen Vergleichswert zu haben, was überhaupt realistisch ist, weil man immer diese verrücktesten Sachen irgendwie hört von, keine Ahnung, 50% Profit. Gibt es bestimmt da draußen. Kann man auch dahin optimieren. Aber erstmal so eine Größenordnung zu haben, tut halt sehr, sehr gut. Und nicht nur mit diesen völlig verrückten Zielen irgendwie rauszugehen. Learning Nummer 20. Der Profit-First-Prozess am 10. und 25. sieht folgendermaßen aus. Der gesamte Geldeingang, ja, das gesamte Geld geht auf das Income-Konto, also das Umsatzkonto. Genau, das können wir hier nochmal so nennen. Dann wird es auf die vier anderen Konten je nach Prozent sozusagen verteilt, sodass das Einkommenskonto leer ist. Sobald alles aufgeteilt ist, zahle alle Rechnungen. Wenn etwas auf den Konten übrig bleibt, lass das Geld dort stehen. Diesen Schlüssel hier musst du dann für dich bauen. Was brauchst du für deine operativen Ausgaben? Was brauchst du für die Steuer? Was brauchst du für die Vergütung? Was brauchst du für den Profit? Und dann bestenfalls sozusagen ist das Umsatzkonto leer. Und jetzt kommt der gute Part, Learning 21. Wenn du nicht genug Geld hast, um deine Rechnung und Gehälter zu bezahlen, dann sollten alle Alarmglocken läuten. Dann ist das Unternehmen nicht profitabel. Und da muss man halt dann was ändern. 22. Wenn du deinen Gewinn ausschüttest am Ende des Jahres, sollte er nur einem Ziel dienen, deinem persönlichen Wohlbefinden. Profit sollte die Belohnung dafür sein, dass du dich getraut hast, dein eigenes Business zu starten. Cooler Ansatz. Ich glaube, da kommt auch am Ende nochmal drauf, dass man natürlich einen Puffer aufbauen sollte, dass man auch drei bis sechs Monate tief durch die Hose atmen kann. Aber dass man auch wirklich diesen Gewinn dafür nutzt, worauf man einfach Lust hat. Das kann für den einen, keine Ahnung, ein schickes Auto sein, das kann für den anderen ein Familienurlaub sein oder das kann ein, keine Ahnung, ein Motorrad sein für den einen oder anderen. Aber dass man sich einfach belohnt, weil einem klar sein muss als Gründer, dass man ein krasses Risiko trägt und dass man auch den Gewinn einfach nutzt, um coole Sachen damit zu machen. Learning 23, relativ simpel. Zahle deine Steuern voraus. Ich verstehe immer nicht Leute, die dann so zittern, ob sie noch was wiederbekommen oder nicht oder eine gigantische Rechnung vom Finanzamt bekommen. Bestenfalls immer vorauszahlen, kann man ruhiger schlafen. Dann sehr cool, Learning 24, auch in diese Dimension zu gehen, erstellen eine Celebration List mit Ideen, die du von deinem Gewinn umsetzen willst. Also das bedeutet, was möchtest du gerne von dem Gewinn machen? Weil du musst halt wirklich dich darauf inzentivieren, dass nicht mehr Umsatz deine primäre Kennzahl ist, sondern wirklich Gewinn. Und das hat bei mir auch so ein Shift gemacht, dass ich wirklich nicht mehr so Umsatz, 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 sondern wirklich, wie schaffen wir es, dass Profit übrig bleibt, Profit übrig bleibt und Profit übrig bleibt. Und es hört sich so banal an, aber ich glaube, unternehmerisch muss man auch diesen Zyklus einmal gemacht haben, um zu merken, ja, mehr Umsatz bringt halt nichts, wenn am Ende des Jahres nicht mehr übrig bleibt. Dann ganz spannend, Learning, wenn du aus Schulden rauskommen willst, musst du mehr Freude am Sparen haben als am Ausgeben. Feier dich dafür, wenn du wieder Geld gespart hast. Ganz, ganz wichtig, er meint auch da, und da kommen wir, glaube ich, auch gleich zu, selbst wenn man Schulden hat, sollte man gleichzeitig schon daran arbeiten, Profit aufzubauen, weil ansonsten kommt man halt nie in diese Routine, Profit aufzubauen und das ist halt ein sehr cooler Ansatz, den er da gemacht hat. Dann Learning 26, und das ging uns, glaube ich, auch lange so in den ersten Jahren. Overstaffed Entrepreneurs have either tried to get themselves out of doing the work as quickly as possible, or better yet, they need to spend more time in corporate vision. Ja, also wirklich, man versucht gerade am Anfang irgendwie so schnell wie möglich aus der Arbeit rauszukommen und wirklich dieser Komponist irgendwie zu werden. Man merkt aber ganz schnell, dass einem auf die Füße fällt, weil man einfach der wichtigste Mitarbeiter ist. Oder man arbeitet einfach an Themen, die nicht wirklich umsatzförderlich sind. Und das führt meistens dazu, dass man viel zu viele Leute in seinem Unternehmen hat. Learning 27, the most underutilized employee in an overstaffed company is you, the owner. It's time to get back to actually doing the work and in the future we will slowly transition you from into on working the company. Hätte ich mich nicht vor ein bis zwei Jahren mehr erwischen können, deutlich zu viele Leute gehabt, ich mich irgendwie komplett rausgezogen aus den Aufgaben und das halt wieder cool einzusteigen, die Arbeit zu machen, richtig gut zu werden und dann zu gucken nach und nach, umso mehr man wächst, dass man auch Leute dann hinsetzen kann, aber dass man das wirklich sehr langsam auch angehen kann, das Ganze. Learning 28 ist der einzige Weg, aus Schulden zu kommen, ist gleichzeitig einen kleinen Prozentsatz an Profit aufzubauen. Und das ist dieser Gedanke und ich glaube, es gibt zahlreiche Firmen, die, wie sagt man so schön, unterfinanziert sind, dass man da auch direkt ein Konto aufmacht und auch da jedes Mal Profit beiseite legt, weil einfach nur dann man schon in diese Gewohnheit kommt, dass es nicht dann nur darum geht, diesen Schuldenberg irgendwie loszuwerden und dann hat man ja gar keinen Anreiz, dass irgendwie Profit übrig bleibt, sondern dass man das von Tag 1 auch zur Gewohnheit macht. Learning 29, look at every aspect of your business and determine how to get the result with half the effort. How do you get two times the result with half the effort? Das ist halt ganz cool, weil da sehr auf Effizienz geht, dass man wirklich gerade, wenn man sagt, man hat Kosten X und das ist so in Stein gemeißelt, wie kann man daraus wirklich das Maximale rausholen? Und da hatten wir so eine ganz coole Anekdote von irgendwem Unternehmen, die zwei Firmen beliefert haben mit unterschiedlichen Formen von Sprit oder Benzin und zwei LKWs brauchten und zwei Fahrer brauchten, weil das irgendwie unterschiedliche Arten von Benzin waren, bis wir irgendwann drauf gekommen sind, einfach diesen LKW 2 zu teilen mit zwei Tanks und wirklich dann salbiert haben. Also wir brauchten nur noch einen Fahrer, brauchten nur noch einen LKW, haben aber das gleiche Ergebnis erzielt und ich glaube wirklich, dieser Effizienzgedanke ist einfach sehr spannend, weil der am Ende auch für viel Profit sorgt. Jetzt sehr spannendes Learning, die besten 25% deiner Kunden machen 150% deines Profits aus. Jetzt auch drüber nachdenken, du machst mehr Profit, als am Ende bereits kommt. Die nächsten 50% sind breakeven und die unteren 25% kosten dich 50% deines Profits. Alle mit dem gleichen Aufwand. Und ich glaube, diese Analyse durch seine Bestandskunden muss man auf jeden Fall machen, so ABC-Kunden. Wer bringt mir Geld? Wer kostet mich Geld? Und am Ende ist dann Learning 31, Feuere deine schlechtesten Kunden und klone deine besten Kunden. Was würde es bedeuten, wenn du nur noch mit deinen besten Kunden sozusagen Hände hättest, wenn du nur noch mit denen zusammenarbeiten würdest, würde halt alles leichter machen, weil du genau den gleichen Aufwand hast und es würde am Ende viel, viel mehr übrig bleiben. Also auch das einmal pro Jahr zu implementieren, das ist wirklich etwas, was man tun muss. Dann Learning 32 für Fortgeschrittene. Eröffne ein zusätzliches Konto mit drei Monaten an Kosten als Notgroschen für ein schlechtes Quartal. Also dieser Puffer, dieser Notgroschen ist, glaube ich, immens wichtig, dass man einfach in Phasen, wo nicht so viel los ist, Geld hat und trotzdem noch ruhig schlafen kann. Ich glaube, das ist auch, bevor man sozusagen irgendwelche crazy Stunts macht und sich irgendwie groß belohnt, dass man das auf jeden Fall aufmacht hat, aber am Ende nichts mit dem Profit zu tun, ist sozusagen ein zusätzliches Konto. Learning 33, konzentrier dich nicht auf die monatlichen Kosten, die du brauchst, um zu überleben, weil das so ein bisschen die Survival Trap, keine Ahnung, ich brauche 2.000 Euro pro Monat oder ich brauche 20.000 Euro, damit ich alle Kosten gedeckt habe. Wie viel verdient man? Wahrscheinlich 18.000. Sondern die Zahl, die du brauchst, um alle Konten profitabel zu befüllen. Das wird wahrscheinlich eine ganz andere sein, wird vielleicht 50.000 sein, 100.000 sein, eine Viertelmillion sein, die irgendwo hinzutackern, diese Zahl, da darüber nachzudenken und nicht darüber nachzudenken, was man jeden Monat braucht, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Sehr spannend, Learning 34, für jeden Vollzeitmitarbeiter sollte dein Unternehmen 150.000 Euro Umsatz machen, Minimum, bestenfalls mehr. Auch diese Zahl irgendwie mal gehört zu haben und ich glaube, das ist absolut realistisch, weil so als guter Freelancer macht man 100.000, 150.000 Euro, auch als guter Berater macht man das. Ich glaube, auch als Agentur, als Kleiner, kann man sich vielleicht noch ein paar Freelancer dazu nehmen. Aber wenn man wirklich jemanden Vollzeit einstellt, ist es eine gute Benchmark, die man sich merken kann. Learning 35, wenn du smart bist, setzt du das Profits-First-System auch für deine persönlichen Ausgaben um. Das habe ich tatsächlich direkt gemacht, weil das relativ simpel war, weil ich da schon ein paar Konten hatte, privat. Und ich merke einfach, das macht was. Das macht wirklich einen Unterschied. Das hätte ich nicht gedacht, schon alleine das Geld beiseite zu packen und nicht mehr zu sehen. Kann ich wirklich dir nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was passiert, weil man wirklich das Gefühl hat, ja, man hat nicht so viel Geld zur Verfügung, wie man denkt. Learning 36, dein Umsatzlevel ist nicht dein bester Monat, sondern der Durchschnitt deiner drei schlechtesten Monate. Ich glaube, das ist etwas, was ganz gefährlich ist und in die Falle bin ich auch immer getappt, dass ich irgendwie unseren besten Monaten hinterher gefiebert habe und gesagt habe, hey, keine Ahnung, in dem Monat haben wir irgendwie über 100.000 gemacht und das ist jetzt unsere neue Benchmark und man dann so, oh Gott, ich brauche jetzt mehr Leute, ich brauche ein Büro, ich brauche jetzt, keine Ahnung, was man dann alles braucht. Nee, realistisch ist eher mal anzugucken, was waren die schlechtesten Monate und davon den Durchschnitt zu bilden und das ist dein Umsatzniveau und das holt einen dann auch nochmal so auf den Boden, dass man so sagt, ja, diese Rekordmonate waren irgendwie ein Ausreißer, aber sind nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Dann Learning 37, egal wie erfolgreich du wirst, friere deinen Lebensstil für die nächsten fünf Jahre ein, sodass du viel Cash aufbauen kannst. Das fand ich auch nochmal einen schönen spannenden Gedanken, weil er meint, auch jeder, der das Buch liest, hat natürlich das Ziel, irgendwie finanzielle Freiheit, einfach sehr viel Rücklagen zu haben, mit denen man sehr lange leben kann, ohne dass man neues Geld verdienen muss und da ist natürlich das Beste wirklich, dass man seinen Lebensstil für fünf Jahre einfriert. Man muss natürlich nicht wie ein Student irgendwie leben, aber dass man schon jetzt nicht jedes Mal, wenn man irgendwie ein bisschen mehr verdient, sich direkt den Lamborghini holt, keine Ahnung, und den Porsche kauft, kann jeder natürlich tun, aber dass man bestenfalls wirklich so fünf Jahre schmal weitermacht, so wie es jetzt ist und das vielleicht schon ein ganz gutes Leben und da möglichst viel Cash aufbaut. Sehr cool, Learning 38, fünf Regeln für den Profit-First-Lifestyle. Schaue immer als erstes nach einer kostenlosen Option. Häufig gibt es wirklich bei vielen Themen etwas, was man sich erstmal kostenlos irgendwie ausprobieren kann, testen kann. Kaufe niemals neu, wenn du das gleiche Ergebnis auch gebraucht bekommst. Ich glaube, da ist so das beste Beispiel bei Autos, privat, dass man die gebraucht genauso bekommt wie neu für gefühlt den halben Preis. Zahle niemals den vollen Preis, wenn du es vermeiden kannst. Da habe ich einfach auch gelernt, dass man bei vielen Sachen verhandeln kann, wo viele Leute nicht verhandeln oder man einfach einen guten Deal machen kann. Das sollte man sich so oder so angewöhnen. Verhandle und suche die Alternativen. Na, ich glaube, das ist auch ein guter Gedanke, einfach immer wieder auch, keine Ahnung, bei Zusammenarbeiten zu verhandeln. Ich glaube, das ist für beide Seiten relativ normal, dass man das Ganze macht. Und was cool ist, verschiebe größere Investitionen, bis du zehn Alternativen aufgeschrieben hast und jede durchgespielt hast, also gedanklich durchgespielt hast, was das bedeuten würde. Na, sehr, sehr spannend. Und der größte Fehler bei der Implementierung vom Profit-First-System ist, es alleine umzusetzen und niemanden zu involvieren. Das ist, glaube ich, auch ein großer Fehler. Deshalb habe ich sozusagen mein Team auch mit involviert und AC mit involviert, dass wir es sauber umsetzen, weil ich glaube, nur dann wird es auch funktionieren. Zwei der größte Fehler und das Learning 41, zu schnell zu viel wollen, direkt mit 20 Prozent Profit starten und dann merken, dass die Kosten nicht gedeckt sind und das gesamte System hinterfragt wird. Start small. Und ich glaube, das ist so der größte Fehler, den man auch machen kann, dass man dreieich so direkt gierig wird und so, ich tue alles beiseite, um dann zu merken, dass das irgendwie vorne und hinten nicht passt. Fehler Nummer drei, ich mag die Idee von Profit-First, aber ich will wachsen. Das ist ein Fehler, erst profitabel sein und dann wachsen. Und das ist auch so das Große, was ich mitgenommen habe, weil die großen Case-Studies von Amazon, und Googles und Facebook und so, die man kennt, ich glaube, die wirklich jahrelang, wenn nicht sogar teilweise jahrzehntelang unprofitabel waren und dann irgendwann so die Schleusentore geöffnet haben und profitabel geworden sind. Ja, ich glaube, diese Ausnahmeentscheidungen gibt es für den Durchschnittsunternehmer, zu dem ich mich auf jeden Fall zähle, will ich eigentlich im Kleinstil auch ein profitables Unternehmen haben und wenn das funktioniert, dass ich von dem Gewinn dann teilnehme und reinvestiere, aber nicht halt alles auf Rot setze, um dann am Ende zu merken, dass ich eine Maschine gebaut habe, die nie profitabel war. Nach dieser Folge weißt du natürlich ganz genau, wie du jetzt mehr Gewinn mit deinem Unternehmen machst. Jetzt brauchst du ja am Ende eigentlich nur noch mehr Leads, um erfolgreich und profitabel zu wachsen. Und dazu habe ich gerade eine coole Zusammenfassung zu dem Buch von Alex Hormosi 100 Millionen Leads gemacht. Wenn du dir die noch nicht angeschaut hast, dann sieh dir die Zusammenfassung jetzt unbedingt als nächstes an.